Mein Key Take-away von heute ist, dass man, wenn man ganz viele unterschiedliche Menschen zusammenbringt, man wirklich auf grandiose Ideen kommt. Es bringt jeder seinen eigenen Standpunkt mit rein, seine eigenen Erfahrungen, man tauscht sich aus und es kommen so viele tolle Ideen zusammen und man sieht einfach wieder, wenn die Leute miteinander reden, dann kommt einfach was Tolles dabei raus. Mein Key Take-away von heute ist tatsächlich, dass für Unternehmen gerade Förderungen wahnsinnig relevant sind. Und zwar nicht nur, welche Förderungen kann ich beantragen, sondern eigentlich die Information davor, welche Förderungen gibt es überhaupt für mich, die potenziell relevant sein könnten. Und das ist, glaube ich, einer der Challenges, die wir uns einfach zukünftig stellen müssen. Ich glaube, einer der Kernpunkte dabei steckt eben schon im Wort Userzentrierung drinnen. Und zwar, dass ich einfach Userinnen und User immer wieder in meinen Entwicklungsprozess mit einbeziehe. Was haben die für Probleme, für Herausforderungen, was brauchen die, wie können wir die optimal unterstützen? Und wenn man das beachtet, dann ist das eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, um dann wirklich auch nachhaltig Produkte zu schaffen, die allen Nutzerinnen und Nutzern helfen und ihren Alltag verbessern. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020